Die Serie A 1988, 89. war die 56. Spielzeit der italienischen Fußball-Liga Serie A. Begonnen hat die Saison am 14. September 1986. Als Aufsteiger kamen der FC Bologna US Lecce, Lazio Rom und Atalanta Bergamo aus der Serie B dazu. Die Saison als Meister beendete Inter Mailand und wurde damit Nachfolger des AC Mailand. Die Qualifikation für den Europapokal der Landesmeister schaffte Inter sowie Milan als Sieger im Europapokal der Landesmeister 1988, 89 still. Für den UEFA-Pokal qualifizierten sich der SSC Neapel, Juventus Turin und Bergamo. Der AC Florenz und der AS Rom spielten einen vierten UEFA-Pokal-Teilnehmer aus, wobei sich Florenz mit 1 zu 0 durchsetzen konnte. Über die Coppa Italia sicherte sich Sampdoria Genua die Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger des folgenden Jahres. In die Serie B absteigen mussten Torino Calzico, Pescara Calzico, Pisa SC und Como Calzico. Saison 1988, 89 still. Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet. Torschützenliste Meistermannschaft Die Heimmannschaft Die Heimmannschaft Die Heimmannschaft Die Heimmannschaft Die Heimmannschaft Die Heimmannschaft Die Heimmannschaft